Ein bisschen gruseliger machen, Jett. Ein bisschen gruseliger machen, Jett. Fürs Feeling. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Kann man auf Deutsch stellen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich komplett auf Englisch. Wir machen Subtitles zur Sicherheit mal an. Kein Deutsch. Egal, wir brauchen kein Deutsch. Wir arbeiten bei einem Bestatter, glaube ich. So habe ich es verstanden, oder? Nee, in der Demo nicht. Okay. Jetzt bin ich auf Deutsch gewesen. Ruhe jetzt! Es war wirklich eigenartig. Oh, der ist wunderschön geworden. Da ist jemand in der anderen Seite. Okay, wir arbeiten anscheinend. Ja, ich bin begeistert. Nee, ich bin wirklich begeistert. Ja, are you sure? I mean, of course. Excellent. You are doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges and your personal belongings That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Dankeschön. Da freue ich mich wirklich sehr darüber. Bye. Danke. Very, very nice von dir. Holy shit. That was him. He signed me on. You need me to come in tonight. Für den Fall, dass ihr nicht so gut in Englisch seid. Es war unser Chef. Der hat uns rausgeworfen. Sie hat sich jetzt Sorgen gemacht, dass du das falsch gemacht hast. Aber sie soll jetzt wieder in die Arbeit kommen, was meinem Chef nicht gut geht. Da sind nämlich noch drei Tote und ich mich kümmern soll. Klingt nach einem super nicen Arbeitsabend-Chat. Wir müssen die Schlüssel finden, Chat. Ich habe schon so lange keine richtigen Games mehr gespielt, dass ich es nicht mehr gewohnt bin. Keys to the apartment car at the front door of the river fields. Okay. There we go. Dass ich es nicht mehr gewohnt bin, dass die mit mir sprechen. The nicest people are dead. Okay. Music band shirt. Aussprache. Viel Spaß. Nicht zu danken. Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen, ey. Ich mag das nicht, wenn da so aufgeräumt ist in Spielen. Das war mir jetzt ein inneres, das muss ich jetzt tun. Alles in der Welt guckt sich, dass hier jemand freiwillig an ist. Fede Qualle! Weiß mittlerweile... Fede Qualle, es ist nicht genug. Gibt mehr! Dankeschön. Wieso? Naja, ich frage mich. Happy Tofu. Mhm. Wir gehen! Ey, was ist denn jetzt passiert? Daumen, vielen Dank, dass du auch Kno-Nonges hat geschenkt hast. Ich danke dir. Okay. Sind wir schon da? Ist das unser Bestattungsunternehmen? Cool. Danke, Max, für 100 Witz. Ich danke dir. Ich glaube, ich gehe nach hinten und starte. Chef! Bin da! Uiuiuiuiui, das hängt aber gerade ganz schön, du. Matchbox. A box of matches. Dann sind es Streichhölzer, right? Ja, okay. Sind wir alleine in dem Unternehmen jetzt? Ich muss mich um drei Tote kümmern. Wo sind die Toten? Ich bin ready. Chef! Ich bin da! Ich bin da! Bin es auch gar nicht mehr gewohnt, dass wir doch so qualitativ hochwertige Spiele spielen, dass man eine Figur sehen kann. Nice. Hey. Sicherung. 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 Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Man weiß ja nie. Halt, war da was? Ne, da ist mein Knie in der Tür. Okay, cool. Schlüssel. Schlüssel zum Einbalsamierungsraum. Klingt doch schon mal. Quick inventory. You can attempt to use items anytime. Das ist ein RBM. Right-Mouse-Button. Okay. Right-Mouse-Button. Okay, cool. Cool, 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 cool. Okay, dann kann ich nichts nehmen. Braucht ihr mal ein Klopapier? Hier ist genug. Okay, damit kann ich die Embalming-Maschinen säubern. Ich nehme das jetzt einfach mal alles mit. Ja, ich drücke ja eh, damit du es wegmachst. Entschuldigung, da habe ich kurz Fahrzeugen verloren. Ich kann das hier nicht nutzen. Warum nicht? Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Ich kann das hier nicht nutzen. Du hattest noch dreifach... Ja, ich habe es gerade probiert, aber sie sagt jedes Mal, I can't use that here. Weil das hier, das sind leere, oder? Oder sind überall welche drin? Weil die kann ich alle nicht nehmen. Nein, ich mag das Game jetzt schon. Wir sind noch nicht mal angekommen bei den Toten. Warte ab. Ist auch ein schönes Bild, ne? Also ist auch... Hier ist ein Zettel. Rebecca! Danke fürs Vorbeikommen. So schnell. The body currently in the Embalming-Room is done. So please return it to cold storage. Okay, der Körper ist fertig. Wir sollen ihn zurück in den Kühlschrank schieben. Und wir sollen beim nächsten anfangen. I've left the key to the Embalming-Room in the top drawer of the front desk. In der Schublade. Für den Raum haben wir den Schlüssel schon. Raymond. PS. Don't forget your Clipboard. Where is my Clipboard? Is this my Clipboard? Which one is my Clipboard? I can take one of those. Okay. Ah, hier. Mein Clipboard. Clipboard. Okay. Äh, Embalming-Room-Key. So, Chad. Seid ihr ready, ein paar Körper zu embalmen? Ja. Wir fahren wieder nach Hause. Okay. 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 Ich will es nicht anfassen. Es ist tot. Sir? Ist das der fertige Körper, den ich zurückfahren soll? Tissue-Builder. Use for restoring a more full look into thin or weak skin. Formaldehyd. An arterial fluid. Okay. Das kommt in die Arterien rein. Zum auffüllen. Can be used as an arterial fluid to lessen. Okay. Das kann man in die Haut, in die Arterien injizieren, damit die nicht so blau aussehen bei dem Toten. Aber der ist fertig, oder? Den sollen wir irgendwo hinfahren. Ich gucke mich jetzt kurz noch hin, dann gehen wir auf Reise mit dem. Okay. Hier sollen wir ein paar Nadeln und Spritzen zum injizieren. Ich habe doch das Clipboard genommen. Äh, bin ich jetzt dumm, oder so? Ich habe doch das Clipboard genommen. Okay. Okay. Äh, ähm, few Clipboard name, weiß ich nicht. Junge, die hätten, also die könnten mir ja schon ein bisschen, also wenigstens ein bisschen was erklären in dem Spiel, oder? Oder stelle ich mich nur einfach gerade so dumm an? Oh, hier ist ein Schlüssel. Nein, sie sagen mir einfach nichts. Okay, gut. Naja, der ist ja, der ist ja, wobei sie haben ja gesagt, dass der fertig ist. Also können wir den wegfahren? Frage ist nur, wohin? Wo sind denn die Kühldinger? Sind die da hinten? Sollen wir den direkt einäschern? Da hat es doch gerade geklopft. Muss ich die auch einäschern? Ah, Gott, wie schön. Okay, schlaf gut, Sansik. Ah, da steht ein Name drauf. Zack Paris. Gotta see Mercia. Okay, das ist wahrscheinlich die, um die ich mich kümmern soll. Dann bringen wir mal Zack zurück. Wir kriegen es schon hin, irgendwie. Ich würde sagen, der gehört hier rein, oder? Sieht gut aus, oder? Bye, Zack. Cool. Ich hab den nicht reingeworfen. Chat gleich. Lars Blatt für Jesus. Ach, ich liebe diesen Chat. Okay, sollen wir jetzt sie holen, oder? Lass zu. Sollen wir jetzt Garci holen? Ich hol Garci jetzt, Chat. Hi, Garci. Und Zack ist weg, hör auf. Wenn Zack weg ist, bin ich auch weg. Wenn Zack jetzt dann weg ist, bin ich auch weg. Okay. I don't want to play this. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Das Spiel sagt mir einfach nix. Okay, sie hat Muttermal am rechten Fuß. Ach, das schreibe ich auf. Okay. Okay, okay. Cool, 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 cool. Ja, gibt's dann auch noch hier irgendwas? Hat sie hier irgendwas? Chat sucht nach Muttermalen. Aber hier hat die nix. Relativ unspektakulär, die Garci. Was ist denn mit der Dame los? Die ist tot, Unicorn. Wir sehen ausgeprägte Leichenstarre an den äußeren Galitmaßen. Die sicheren Zeichen des Todes sind anwesend. Ja, die hat nix. Die hat weder Muttermale noch Tätowierungen noch sonst irgendwas Besonderes. Ich muss jetzt dir aber nicht die Unterwäsche auch noch ausziehen, oder? So, das Muttermale habe ich. Hier ist noch ein Muttermale. Sonst habe ich hier ja nix, ne? Da macht's... Das Gesicht... Kann ich nicht anklicken? Vielleicht von oben. Warte mal, ich probiere mal, ob ich das Gesicht von oben anschauen kann. Ja, jetzt. Hier wurde mir gerade eine Reise gestellt. Ah, da hat sie Kratzer, da hat sie Kratzer. Ich bin ein bisschen angespannt. Und ich sage, wie sie... Also jetzt schreibt sie nix mehr auf. Abrasion haben wir gemacht. Mole, mole haben wir gemacht. Linker Arm kann ich noch machen. Da ist nix. Da ist nix. Rotate. Da ist auch nix. Hier auf der Seite der Oberschenkel. Ah, nee, da macht sie nur, da macht sie nur. Okay. Habe ich jetzt alles oder fehlt noch was? Ach mein... Ach scheiße, meinst du, ich hätte den auch... Oh. Egal, wir fangen mit ihr an. Ladies first und so. Muss ich das jetzt an den Computer ein... Puh. Der ist mich erschrocken. Ähm. Sie sagt nix dazu? Dass die einfach alle aufgegangen sind, da sagt sie gar nix dazu. Das ganze Mal, es passiert doch häufiger, oder? Küss die Mutter, ich möchte das nicht. Okay. Sie heißt... Kann ich das nicht? Ah, ich schade. Ich dachte, ich darf es selber. Oh, die hat aber noch eine Figur gehabt, du. Am rechten Arm hatte sie jetzt nichts Besonderes. Am linken Arm hatte sie auch nix. Aber an den Füßen... hatte sie... Muttermale. Muttermale. Und am Kopf hat sie ne... 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 Kratzer. Ach, die Schultern kann ich mir auch noch angucken. Egal, wir drucken. Wir drucken, Chat! Durchzug. Sie hat einfach nichts dazu gesagt. Okay, wir müssen das jetzt vorne in das Ding reinstecken. Okay. Hä? Ja. Ist die jetzt doof oder so? Wieso? Was? Aber ich habe da noch Platz im Investor... Was ist das denn hier? Also, sie erklären mir halt überhaupt nichts in dem Spiel. Das ist ein bisschen... Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Soll ich die jetzt... Ich muss sie aber nicht aufschneiden, oder? Die Hände oben? Hä? 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 Was meinst du? Ich bin überfordert. Welche Hände oben, Spezi? Was meinst du? Das Clipboard ist noch in der Hand. Meinst du, ich muss das hier drauf? Nö, das habe ich gemacht. Das hat sie alles gedruckt und es liegt jetzt hier. Aber sie nimmt es jetzt nicht. Filetier sie. Ich will nicht. Habe ich alles gemacht? Wie packe ich die Scheiße jetzt wieder weg? Hallo? Hallo? Das ist jetzt eine super weirde Frage, Chattner. Aber wie stecke ich denn jetzt das wieder weg? Ah, Tab. Äh, Leertasse. So, jetzt nochmal. Was meinst du mit Händen, Spezi? Inventar. Hände. Hände. Schauen wir in der Unterhose nach. Ihr seid keine Hilfe. Ich kapier's gerade überhaupt nicht. Ich kann nichts anderes halten. Meine... Ja, aber wie lege ich das denn ab? Ich weiß nicht, wie ich's ablege, Inventar. Ja, da ist doch mein Inventar! Raub, Fenster auf. Schmeiß raus. Nach unten ziehen. Nein. Drag-and-Drop gerade probiert. Da passiert leider gar nix. Und ihr seid mir jetzt auch keine Hilfe. Schau mal, Tastaturbelegung. Use-Object ist dann mein Objekt. Move, Sprint, Quick Inventory habe ich gemacht. Flashlight, Clipboard, Leertaste, Inventory, Tabulator. Was? Ich hab keinen Tabulator an meiner... Okay, Moment. Der Tabulator ist der Nummernblock, right? Liege ich da richtig in der Annahme, dass der Tabulator der Nummernblock ist? Nein. Ich hab keinen... Hä? Aber selbst das bringt mir ja nix. Pass auf, warte mal. Ah. Large items are held in your hands. If both hands are full... Okay, ich hab den... Ich hab den Kanister die ganze Zeit in der Hand. Okay, 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 okay. Chat, ich hab's. Ich brauche euch nicht. Ich brauche euch nicht, Chat. Für nix. Ich brauche euch nicht. Ich brauche euch... Peinlich, so bin ich. Ja, und jetzt soll ich das einfach ignorieren da? Oder soll ich da hingehen? Ich weiß es nicht. Okay, gut, das ist weg, Chat. Wir können's ignorieren. Cool, 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 cool. Okay, das muss da nicht rein. Ähm. Warte, wo stand die Einbalsamierflüssigkeit? Okay, nee, das ist vormal die Hüt. Nee, das blieb... Du blieb. Nee, wiming. Ich ignoriere den Hinweis des Spiels. Es ist mir komplett egal. Ich scheiße... Oh mein Gott. Das ist nicht es. Ich gehe da nicht rein. Halt die... Ich gehe doch da nicht rein. Als gehe ich da jetzt... Als gehe ich da jetzt lang. Sehe ich so aus, als würde ich da jetzt reingehen. Ja, wir gehen... Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Sie geht noch nicht raus. Junge, wenn da jetzt ein Jumpscare kommt, mache ich Pipi in die Hose. Schrecklich Dankeschön für deinen Raid. Kann das nett. Gott hat uns verlassen, Jett. Ich bin hier. Ich bin hier. Bin jetzt ein bisschen erschrocken. Lass Platz für Jesus. Schrezi, du schickst deine Zuschauer genau im richtigen Moment hier rein. Sind wir wenigstens nicht so alleine beim Angsthaben-Chat. Okay, ich soll sie jetzt einbalsamieren. Die Frage ist, was kommt denn da jetzt rein? Der Tank-Cleaner ist es nicht. Ich habe schon geschaut. Es ist nicht der Tank-Cleaner. Es ist nicht der Tank-Cleaner. Was kommt da rein? Da muss doch einbalsamierungsflüssigkeit rein. Ist da vorne jetzt die Tür wieder offen? Weil da war doch in einem Lager. Okay, cool. Aber das ist... Nee, ich kann nur das nehmen. Das ist... Ich brauche einbalsamierungsflüssigkeit. Was ist zu schlimm an 666? Gar nix. Dieses Spiel ist schlimm. Was ist das? That aids returning moisture. Kann ich... Das muss da rein. Da muss vormal die Hüt rein. Safe. Ich meine, ich kenne mich doch aus. Bin doch Profi. Wir machen zwar ein komplettes Durcheinander hier, aber da muss doch vormal die Hüt... Muss doch da rein. Bin doch... Bin doch alter Einbalsamierungsprofi. Erzähl mir doch nix. Hab doch schon einbalsamiert. Da war Chat noch im Kindergarten. Ja. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir dann das ganze Zeug... Können wir es hier wieder zumachen? Muss da noch was rein? Ah, vielleicht müssen diese Flüssigkeiten alle da rein. Pass auf. Okay, das kann ich nicht benutzen. Was ist das? Muss da noch eine Flüssigkeit rein? Okay, ich habe jetzt da zwei Sachen. Balsamier mich, Mutter! Okay. Da muss noch was rein. Ah ja, was ist das? Flexbag. Eine V-Bag von Invisional Embarrassed Fluency into Oregon Cavities. Das sieht doch gut aus. Dann nehmen wir jetzt mal eine mit. Schüttel ich das auch einfach da rein. Okay, nein. Junge. Du musst da aber Profi sein. Aber wir kriegen das hin. Cavity Fury. Ah, das habe ich da rein gemacht. Okay, 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 okay. Wir kommen langsam. Das ist nicht das. Auch nicht. Aber wir kommen dem... Was wollt ihr? Sex on the Beach. Virgin. Jackie Cola. Ach so. Ah, danke schön. Mixed Embalming Fluid and Pump. Okay, wir haben Humectant und Formaldehyde. Jetzt brauchen wir noch Methanol und Glutaraldehyde. Glutaraldehyde. Okay, äh, ja. Das kriegen wir hin. Das ist ja gar kein Problem. Glutaraldehyde habe ich ja zufälligerweise bestimmt irgendwo rumliegen. Giesing lebt. Sendling lebt. Sind das Glutaraldehyde? Aber Methanol brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Methanol. Wir ignorieren jegliche Geräusche. So, Methanol ist drinnen. Jetzt brauchen wir noch Glutaraldehyde. Glutaraldehyde. Äh, hu! Bloody Mary. Machen wir. Wir brauchen Glutaraldehyde. Was war das denn mal? Das haben wir schon drinnen. Kann ja jetzt eigentlich nur das auf der rechten Seite noch sein, oder? Das ist die einzige Flüssigkeit. Nee, das ist der Bleaching-Agent. Der Bleaching-Agent. Was war das nochmal? Tischebilder. Das ist Thickwit. Was ist denn Glutaraldehyde? Da ist es! Glutaraldehyde, Chad! Glutaraldehyde, rein damit. Glutaraldehyde. Chat, Grace ist weg. Chef, mir ist das jetzt unangenehm. Mir ist das jetzt unangenehm zu sagen, aber Grace ist weg. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding soll. Soll ich's da hin, oder soll ich da nicht hingehen? Ich bin unsicher. Ich guck, ob Grace vielleicht wieder hinten in ihrem toten Ding drin liegt. Vielleicht, man weiß ja nicht. Nein. Ist Zack noch da? Okay, Zack ist noch da, Gott sei Dank. Fuck! Ich will doch da nicht hingehen! Soll ich da hin? Du bist verrocknet! Du Mixer-Spiel! Ich habe Streichhölzer, soll ich mir Streichhölzern anzünden? The flash of fire and ashes of flesh will heal the coming of my house. Ich weiß nicht. Okay. Nein. Nein, 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 nein! Hey, Jo, bitte, nicht! Ihr erwartet hoffentlich nicht von mir, dass wir dann die Vollversion dieses Games spielen, wenn es rauskommt, oder? Wir spielen nämlich die Demo. Wann kommt das? Ich weiß nicht. Spiesi weiß das safe. Spiesi, wann erscheint das? Das ist ein kleidisk mit Marken. Creepy! Spring also jetzt an, oh nein! Was ist denn nur mit Rebecca los? War nix, Chat, wir gehen weiter einbalsamieren! La, 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 so, was? Tu mit, Mara! Vielen lieben Dank für dein Bit natürlich! Ja, sollen wir das dann nächsten Monat spielen? Komplettversion davon? Habt ihr da Bock drauf? Ich befürchte es ja. War das Zack, meinst du? Aber der sah ein bisschen frischer aus als Zack. Bisschen fleischiger auch. Okay, was müssen wir jetzt? Make an incision in the carotid, in der carotid, in der carotid and jugular vein with scalpel. Safe. Ja, schön. Cool, cool, cool. Chat, ich mach jetzt nen Einschnitt. Vertraut mir, ich kann das. I can do this! Kein Problem! So, schön. Cool, 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 cool! Ich hab nen Einschnitt, ich hätte den jetzt vielleicht auf der Seite der Maschine gemacht, aber was weiß ich schon. Okay, ich hab den Einschnitt gemacht. And four steps. Ach, da muss ich noch mehr einschneiden? Schneid mich, Mutter. I do. Hä? Was hab ich? Was fehlt? Was fehlt? Ich hab den Einschnitt. Make an incision in the carotid edgy. Hab ich's gemacht. And jugular vein with scalpel and four steps. Was ist denn four steps? Weil mein Scalpel ist jetzt weg. Muss ich noch eins nehmen? Brauch ich jedes Mal ein neues Scalpel, um da irgendwas zu machen oder was? Was ist denn der four steps? Chat, ihr seid doch alles Ärzte. I'm missing something. Da fehlt was. Was ist denn ein four steps? Ist das ein four steps? Trocar. Ich steck da jetzt mal ein Drucker rein, Chat. I'm missing something. Auch nicht. Cool. Was hat Mare geschrieben? Aber kein Englischer. Was? Kann nicht hochscrollen. Was hat Mare denn? Warte. Schneid mich, Mutter. Bizeps einschneiden. Acht am Arm vielleicht. Oh, ja, 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 ja. Vielleicht am Arm auch noch. Ja, 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 Chat. Aber hier bei den Hauptarterien vielleicht noch irgendwo. Andere Seite eventuell? Nein. Warte, hier wurde... Nee, die wandert immer nur auf die andere Seite und hier ist nichts mehr. Alte Ledertasche gefunden. Die Zange, okay. Zange, Zange, Zange. Haben wir irgendwo schon eine Zange gesehen? Der Trocar ist es nicht. Wie machen die anderen Schubladen auf? Das ist eine Schere. Das erkenne ich auch. Das ist, ähm... Four steps! Das ist eine Schere! So, Chat, jetzt aber hier. Okay, cool. Done! Cool, jetzt. Clam tubing to both veins and connect the embalming pump. Okay, wir brauchen jetzt einen Schlauch oder so. Chat, hat irgendeiner von euch einen Schlauch? Jetzt spart euch die dummen Witze. Ne, wir embalmen hier gerade. Vielleicht ist da der Trocar genau das Richtige? Ich weiß jetzt auch nicht. Bin hier... Ich hab das jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Okay, der Trocar ist es nicht. Chat, nein! Chat gleich. Das ist mein Chef. Oha, der ist aber auch anders creepy, der Typ. Ah, das bin ich. Guck. Sind das Handschuhe? Die hätte ich vielleicht vorher ziehen sollen. Naja. Die ist tot, ne? Die wird ja auch keine schweren Krankheiten mehr haben, die sie übertragen kann. Okay, wir brauchen einen Schlauch oder so. Ah, guck mal. Hier ist einer. Ne, das ist für das Waschbecken hier. Hier gibt es nur gute Witze. Ist halt schon so, ne? Zehn Meter Schlauch. Jetzt reicht's aber. Das war so ne tolle Vorlage. Nein! Chat, wir brauchen einen Schlauch. Vielleicht den Needle injector? Okay, den kann ich nicht nehmen. Clamp Tubing to both veins and connect to Embalming Pump. Das heißt, ich brauche einen Schlauch oder so. Hab aber jetzt noch keinen gesehen. Auch nicht im Chat. Schlauch. Also scheiße hier wieder zu, Alter. Halt! Was war das da drin eigentlich? Okay, nichts von Bedeutung. Schlauch. 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 Da stand nix von... Aber ein Tube! Das ist doch... Das ist doch... Was war das da nochmal? Reservoir Bag. Guck mal. Weil ich muss ja jetzt hier das da mit der Maschine verbinden. Das heißt, ja womit denn, wenn ich verpiss dich? Lass mich jetzt Schlauch suchen. Mendebel, wunderschön, guten Morgen. Was liegt am Boden hier? Ein Schlauch. Aber den kann ich nicht nehmen. Hier, guck. Hier ist Schlauch. Da ist Schlauch. Da, guck. Da ist Schlauch. Nimm nicht Schlauch. She's not taking the Schlauch. Und die Sachen habe ich da alle hingestellt. Ich war ein bisschen unordentlich. Ich sage, wie es ist. Rohr oder Röhrchen. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es hier dieses Ding da. Der Trokar. Aber... Den Trokar kann ich da nicht mit verbinden. Ich meine, ich kann eine Sicherung einfach mal in den Hals rein schieben. Ne, hier kann ich nichts machen. Hier kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt lasst es mich fertig einbalsamieren. Berg ist es auch nicht. War es unten in den Schränken? Warte. Das ist diese Flüssigkeit zum Saubermachen dann. Das ist anscheinend nicht wichtig. Das sind Handschuhe. Da ist gar nichts drin. Oh, was ist das? Ich habe den Schlauch! Ich habe einen Schlauch gefunden, Chat. Er ist lang und durchsichtig, Chat. Alex, ich habe voll schlimm Hunger. Also richtig schlimm. Ich glaube, ich hatte noch nie so Hunger wie gerade eben in dem Moment, Alex. So, Chat, ich habe einen Schlauch. Aber ich habe leider meine Hände mal wieder voll. Okay, alles klar. Gut, dann. Lernen wir die Hände. Drop. Ich habe wirklich Hunger. Was soll ich denn machen? Ich bin hier hart am Arbeiten. Ich bin hier am einbalsamieren, während du da drüben sitzt und Rocket League spielst. Ich werde jetzt den Schlauch in ihren Hals stecken. Marcy. Nicht erschrecken, könnte ein bisschen kalt werden. Fuse. Okay, cool. Das sieht tatsächlich brachialischer aus, als ich dachte. Gut, getan. Engage, pump and let the body drain. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ja, das muss tatsächlich so. Der komplette Körperfleisch. Das ganze Blut wurde jetzt ausgetauscht gegen Formal Gehüt. Also in den USA? Ja. Was will ich? Ja, nochmal mit der, mit der, mit der, mit der Spreichur, den Zopf. Danke. In den USA wird das immer gemacht. Ja, werden die immer einbalsamiert. Die werden ja auch oft in offenen Särgen ausgestellt. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, ob man das bei uns standardmäßig in Deutschland auch macht mit dem Formal Gehüt. Ich meine, wir, bei uns wird nicht sehr selten bis gar nicht mit einem offenen Sarg bestattet. Deswegen, also, Abschied halt. Deswegen weiß ich nicht, ob man bei uns überhaupt einbalsamiert. Ich glaube, das machen wir gar nicht, ne? Chat, das machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Bei uns bleibt alles so, wie es hier ist. Es tut mir unglaublich leid, Chat, aber ich muss pinkeln. Aber ich habe jetzt Angst, dass... Ich bin fair. Ich mache so. Okay? Ich muss ganz kurz Pipi machen. Ich habe echt Angst, dass ich so erschrecke und dann in die Hose mache währenddessen. In Deutschland herrschen gemäßigte klimatische Bedingungen. Deswegen ist eine Einbalsamierung in den meisten Fällen nicht notwendig. Und die hygienische Grundversorgung reicht in der Regel aus, um eine leichtere Beisetzung zu konservieren. Und soweit ich weiß, in den USA macht man das standardmäßig. Weil auch da oft offener Sarg und so. Macht man bei uns ja eher selten so. Also ich muss pinkeln. Und ich habe Angst, wenn ich nicht jetzt gehe, dass ich dann gehe, während ich hier auf diesem Stuhl sitze. Und das wäre sowohl für euch als auch für mich sehr unangenehm. Chat, ich bin sofort wieder da. Ich mache euch leichte Musik an, damit ihr nicht so Angst bekommt. Ich bin auf der Stelle wieder da. Ichậpbe. Wase ich los als auch im Papier-A-San. Und dann werde ich Liebe leichte Musik am Anfang! FALBON 441 GIFTET ETIR 1 SUBTU AZALIA, DEHELF GIFTEN 1391 GIFT SUBS IN THE CHANNEL Bomben 1 Bomben 2 Bomben 3 Bomben 3 Dankeschön. Vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub-An-Assalei. So, Chat, seid ihr ready? Ich meine, wir sind ja hier zum Arbeiten. Na, das ist ja unser Job. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Bisschen Angst, ich sag, wie es... Oh mein Gott, du kannst doch nicht in dem Moment, wo das Licht ausgeht und die tote Frau mit lauter Schläuchten im Hals... Kannst du mir mal Nasenspray noch schnell bringen? Meine Nase geht gerade komplett zu. Ach, du nervst, ehrlich. Was du trinken, brauch ich auch noch. Verdient. Ich muss nur kurz ein bisschen essen, ich hab wirklich Hunger. Bevor ich jetzt dann gleich ersticke live und stream, weil ich so erschrecke, essen wir erstmal ein bisschen was. Einmal vorbereitet sein. Naja, ich sitze hier seit viereinhalb Stunden, Entschuldigung. Ja. Ratio fahren für Kinder. Für die Hardcore-Junkies. Fühlt sich nämlich besser an, wenn es für Kinder ist. Don't do Nasenspray. Ist dann Putzigzähne. Cool. Arbeitsteilung. I like. Und Chat? Sonst so? Wie ist das Wetter? Familie, Wetter. Freundin? Habt ihr Freundin? Prane, du glaubst eigentlich, ich bin zwölf, oder? Sag einmal. Was isst du da? Ähm, Osterzopf mit Streichwurst. Dankeschön. Fang nicht unnimmig wieder an. Ja, dann mach schnell. Und ich schrink die gute Zitronenlimo. Ja, 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 ja. Und beruflich, Chat, wie ist beruflich? Auch beruflich erfolgreich, ne, Chat? Oder kann besser sein, ne? Ja, Mutter muss jetzt gefüttert werden. Mutter verhungert nämlich gleich. Ich bekomme so einen Hunger durchs Streamen, wirklich. Hi, Saint. Bin der Hatsache. Cool, 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 cool. Urlaub und kränklich. Oha, 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 oha. Gute Besserung, gute Besserung, gute Besserung. Gute Besserung. Ja, 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 ich verstehe. Ja, ich nehme euch heute zum allerersten Mal mit, zu meinem Hauptjob. Wenn ich nicht streame, ich balsamiere Menschen. Ja, bei mir auch, Brando. Ja, bei mir auch. Ja, und sonst so? Ich balsamiere Chat, geil. Sonst so, Chat? Ja. Mitten in der wichtigen Herz-OP. Ich brauche jetzt mal Alex. Alex, bring mir mal ein Leberbois-Brot. Nee, wir gucken keine weitere Folge, Catfish. Ich finde aber erschreckend. Ich finde aber deinen Werdegang in diesem Stream erschreckend. Ihr müsst nämlich wissen, Brando kam in diesen Stream letzte Woche mit Muschi, Pipi, Popo, Kacka, Pimmelwitzen. Und er kam natürlich mit der Intention, in diesem Stream gebannt zu werden. Und zwar sein einziges Ziel war, in diesem Stream gebannt zu werden. Aber Brando hat mit einer Sache nicht gerechnet, Chat. Und das waren wir. Das waren wir. Denn auf einmal hatten seine Pipi, Muschi, Kacka, Pimmelwitze hier keinerlei Zugriff mehr. Weil Chat und ich stellen uns da vor. Keine Chance. Und dann haben wir den Spieß umgedreht, Chat. Dann haben wir gesagt, pass auf, Brando. Wenn wir sonst keinerlei Verwendung für deine Pipi, Popo, Kacka, Muschi Witze haben, bann ich dich jetzt einfach und du schreibst einen schönen Entbannungsantrag. Bannungsantrag wurde geschrieben. Er wurde entbannt. Chat hat sich dafür entschieden, weil er einen sehr schönen Text geschrieben hat, dass er entbannt wird. Seitdem brennt du einfach immer hier. Jetzt hat es nicht mal eine einzige Chat. Es hat eine einzige Catfish-Folge gebraucht. Jetzt will Brando auch noch ständig Catfish gucken. That's the fucking way to go. Mach dir die Feinde immer zum Freund. That's the fucking way to go. So machst du das. Einfach halbe Gehirnwäsche gemacht. Ich kam, um gebannt zu werden. Jetzt ist es mein Lieblingsstream. Sag doch, wie es ist. Sag doch einfach, wie es ist. Nee, deinen Zapf verliert man, glaube ich, nicht. Aber du folgst mir halt dann nicht mehr. Also du verlierst deinen voll. Aber ich glaube, einen Zapf verliert man nicht, wenn man gebannt wird, oder? Ich weiß es nicht. Was ist Catfish? Unsere Lieblingssendung, Elias. Hör auf zu essen und spiel. Aber ich hab Hunger. Ich muss doch auch mal was essen. Kein Rückgrat, der Kollege. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Ich diskutiere das tot. Die meisten haben gar keinen Bock, so lange mit mir zu diskutieren. Die schreiben dann einmal Fotze in den Chat und gehen direkt wieder. Und weil dann hören sie nicht mehr, was ich zu sagen habe. Dann fühlen sie sich nämlich als Gewinner. So. Schlampe. Nee. Haka, Glückwunsch zurück. Äh, herzlich willkommen zurück. Ich diskutiere das aus. Das sitzen wir aus. So viel Zeit habe ich. Wenn ich das kann, ich dir nicht versprechen, Brando. Gestern hatte... Ich weiß nicht, du warst gestern, warst du nicht da. Gestern hat jemand kein Glück gehabt. Luleiner Glückwunsch nix. Gestern musst du... Eigentlich musst du jetzt schreiben, F für einen gefallenen Bruder. Gestern hatte leider Gottes Lukas kein Glück. Und Lukas hat sogar mit mehreren Accounts dann noch probiert, aber Chat wollte ihn nicht mehr zurückhaben. Ne? Also so, ich würde mein Glück nicht herausfordern. Sei einfach zufrieden mit dem, was du hast, ne? Und guck Catfish. Ich bin ein dichtender Troll. Ne, aber auch bei... Weißt du, auch Chat ist manchmal dann irgendwann einfach gelangweilt, ne? Ich meine, der 366. Rhyme, da sagt Chat dann auch irgendwann so, ne. Ne, komm. Gucken wir jetzt Catfish. Nein, wir balsamieren ne alte Frau ein. Was ist denn mit euch? Guten Abend, Gerard. Ich meine, ich kann doch nicht die alte Frau einbalsamieren und währenddessen guckt ihr Catfish. Was ist denn das für ne Scheiße? Was ist denn das für ne Scheiße? Ja, vor Langeweile sterben wird sie wahrscheinlich jetzt nicht in der Zeit. Darf ich nicht mal. Das ist schon lustig. Ich arbeite hier und ich gucke Catfish. Na, glaube ich, ist es aber auch selber, oder? Nein, Frau, die ist hier nicht an, Jefe. Einfach nicht Geldwischen balsamieren. Oh Gott, zum Grüße. Urban Orange, wunderschönen guten Morgen. Was machst du, wenn ich schimmel? Ich hab die ein, bei der, der ist in ihrem ganzen Körper, es ist literweise Formaldehyte, da schimmelt nix mehr. Da schimmeln eher wir. Nee, die hat einen Namen. Ihr Name ist Grace. Das ist Grace. Hab übrigens gleich mein letztes Brot, okay? Hab dann gegessen, aber ich musste jetzt was essen. Warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an? Das frage ich mich auch. Wir schauen auf dem Bildschirm, mit einer Frau in Unterwäsche und ich esse ein Brot, ne? Und du subst hier rein. Cyrus, vielen lieben Dank für deinen Zappel für den Monat. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Na, die wird safe nicht mit geöffneten Augen beigesetzt, oder so? Wäre auch anders creepy. Bendo, ich hab so viel mit Trollen zu tun, ne? Ich kann nicht mehr auf jeden Einzelnen achten, ne? Das musst du mir auch zugestehen. Ich mein, ich würd sagen, grad eben sind 400 Leute hier und von den 400 Leuten sind safe 398 Trolle. Machen wir uns da auch mal nix vor, ne? Ich kann ja mal rumfragen. Chat, wer von euch ist ein Troll? Einzelnen, chat. Und jetzt zieh genau hin und jetzt sag mir bitte, wie ich da noch jedes einzelne Trolle lesen soll. Das sagst du mir jetzt mal, ne? Was sind sie vom Beruf Trollhüterin? Christian, ich sag dir 98, ne? 398. Das heißt, zwei sind hier absolut legitel Fans. Mit der Trollmutter. Isasai. Isasai. Und nur ganz wenige beherrschen diese Kunst. Nur ganz, ganz wenige. Ich würde tatsächlich behaupten, es gibt eine Art Trollkunst. Die beherrschen nicht viele. Aber es gibt ein paar, die sind sehr, sehr gewitzte, hinterfotzige, aber auch sehr witzige Trolle. Das ist, passiert selten. Aber passiert, manchmal. Manchmal hast du Glück, aber da guck nicht so lange hin. Die laufen sehr schnell wieder weg. Die sind scheu. Halbe Fabelwiesen, wie Elfen. So. Jetzt dampfe ich noch kurz und dann machen wir weiter. Mit vollem Magen. Der, der ist ein Troll, das ist true. Voller Nasenspray, voller Nikotin, voller Streichwurst, voller Brot, voller Zitronenlimo. Gar kein Bock. So nehme ich Black Dagger. Oh mein Gott, wieso ist denn jetzt Licht aus? Ich habe euch ein bisschen lauter gemacht, damit ihr auch was davon habt, ne? Ah, okay, cool. Haben wir gemacht jetzt. Remove tubes and close incision, okay. Raus mit dem Schlauch. Cool. Also guck mal, wie ich vernähen kann. Da sieht man einfach nix. Nix sieht man da. Ne, einfach Hände von Gott geküsst. Wenn ihr Platz wohnet habt, kommt zu mir, ich nähe das. What kind of Geräusch was it? Okay. Never mind. Fill an empty IV reservoir bag with cavity fluid, then insert chocal into the abdominal cavity. In den Magen? Okay, Abdomen ist der Magen. Wo habe ich das? Ich habe das irgendwo hingeflaggt. Hier ist es. Ich habe das auch schon gefüllt. Muss ich jetzt den Bauch aufschneiden? Ach du, meine Güte. To fill body cavities inside the chocal... Guck mal, halbe Fett absaugen. Once the cavity is full, pull the chocal back, rotate it, then re... Also aktuell kann ich nix machen. Muss ich das auslaufen lassen? Oder platzen mir die jetzt? Wozu mache ich das? Warum pumpe ich da jetzt Flüssigkeit in den Magen? Dass ich keinen Hunger kriege, oder was? Nee, nee, ich pumpe der da was rein. Aber warum pumpe ich damit der Bauch aufgefüllt da ist, oder was? Donnie, mein Sub ist abgelaufen. Ich kann nichts tun. Okay, cool. Hunger hat sie keinen mehr. Purpumpcleaner into the embalming pump to clean it. Okay, cool. Ja, den habe ich da schon, Gott sei Dank, am Boden geworfen. Ich bin da ja vorbereitet. Ich stelle mir das ja immer alles erst mal am Boden. Ich stelle mir das hier einfach... Wie ignorieren die? Die steht da immer. Safe nicht. Urban Orange, danke schön, dass du die Performance hat geschenkert. Urban Orange. Danke, Urban Orange. Purpumpcleaner into the embalming pump to clean it. Ich möchte jetzt nicht an dem Geist vorbeilaufen. Also, das jetzt... Mämm, 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 mämm... Aaaaaah! Ich hätte es wissen müssen. Die Juh... Die Weinen gleich. Okay, fertig. Boah, ist halt auch unangenehm, jetzt so zu f... Die Tür ist örtlich. Die vier Seals haben meine Wunschung. Die Halle von St. Neko, mein Reiter. Ich bin hier. Oh, das geht. Urbane Orange, danke schön. Can my main be so far from reach? Ich bin hier. I suffer no bondage but this rotting, weak, pathetic corpse. Look at me! Look at this pitiful flesh I am serviced to. Aber das body is no longer mine. I have my prize. Ich glaube, da haben wir das falsche Mittel in den Bauch rein. Okay, wir sind durch mit der Demo. aus dem Platz. Okay, okay. Kaan, wir sind's für heute. I have one last probability. Okay, super oft. Untertitelung des ZDF, 2020